Naturagard hat Kompetenz für Teiche. Das beginnt bei kleinen Terrassenteichen. Im eigenen Park gibt es unterschiedlichste Naturteiche. Es gibt dort Deutschlands größtes Teich-Aquarium mit großen Fischen in sauberem Wasser. Es gibt kleine Mini-Schwimmteiche, es gibt sie in mittleren Größen und auch ganz große Anlagen, bis zum 35.000 Kubikmeter großen Unterwasserpark. Naturagard hilft bei der Planung, versorgt sie mit Informationen, erklärt ihnen alles auf Seminaren und ist hilfreich, auch über den Bau hinaus. Naturagard produziert bestes Baumaterial. Viele Produkte gibt es nur hier. Innovative Teichbautechniken sorgen für beste Haltbarkeit. Bis zu den Pflanzen aus der eigenen Gärtnerei liefert Naturagard alles aus einer Hand. Mit dieser Praxisnähe und Erfahrung entstehen ideale, stabile Teiche.